hallöchen ich habe einen haul für euch und ich war bei action natürlich dann kam noch meine nachlieferung von kreativ bunt und kick und t die habe ich auch noch ein bisschen action ist das meiste deswegen mache ich das zum schluss ich zeige euch jetzt erst mal das was von kreativ bunt noch gekommen ist das hatte ja noch gefehlt in meiner bestellung habe ich einmal hier dieses schöne waschi tape das ist von prima marketing hat gekostet 11,95 ja ich wollte eigentlich keinen waschi tape kaufen mehr weil habe ich so viel aber das sieht so genial aus dieses klebekraft ist ja wisst ihr ja bei waschi tape immer nicht so gegeben aber das macht nicht wenn man das weiß ist das jetzt nicht mache ich nur noch ein bisschen kleber drunter und dann funktioniert das auch dann einmal diese variante und das ganze noch mal in schwarz schwarz geht immer gibt es meiner meinung nach viel zu selten ob bänder oder steinchen oder ja sehr cool also wie gesagt 11,95 das hat mir richtig gut gefallen dann habe ich mir noch hier von photo play sentiment strips gekauft und zwar ist das wenn man jetzt sprüche hat kann man sich das ausstanzen ich habe eigentlich gedacht sie sind ein bisschen größer auf den meisten bastel seiten ist es ja ein bisschen ja ein bisschen undeutlich beschrieben oder es steht gar nicht da oder ich lese es nicht je nachdem auf jeden fall sind die so die könnte man sich auseinander machen werde ich aber wahrscheinlich nicht machen und stand dann hier solche streifchen aus in verschiedenen größen so ein paar stempels jetzt habe ich wo das drauf passt ich werde noch mal gucken ob ich das vielleicht noch mal ein bisschen größer finde diese haben gekostet 8,95 und dann kam dieser stempel noch das hibiskus heißt der der hat 4,95 gekostet ist ein gummistempel ja und den finde ich richtig schön kann man vielleicht auch ohne diesen hintergrund nimmt dass man sich das ausschneidet und nur die blöde verwendet das dann habe ich bei nanonana hier dieses sticker set gefunden hat gekostet 1,95 sind zehn platt drin da gibt es jetzt gerade also habe ich jetzt das erste mal gesehen alles für so bullet journaling also das sind so ganz verschiedene zahlen also perfekt für das bullet journaling das fange ich ja immer mal wieder an kriegs aber irgendwie nicht hin hier noch die monate die farben haben mir gut gefallen also ich will da wirklich eigentlich das machen weil ich auch sehr vergesslich bin aber wochentage sehr schön mal gucken ob ich es irgendwann mal hinkriege dann hier noch so einzelne streifen ja also für 1,95 finde ich okay fällt mir gut das hier kann man natürlich dann auch noch anderweitig verwenden so dann war ich im teddy und da gibt es ja im moment so viele schöne sticker und ja überhaupt viel kram da habe ich mir einmal dieses sticker set gekauft die sind so niedlich und einmal dieses hier hatte ich jetzt schon ein paar verwendet da mache ich nämlich gerade ein paar karten das zeige ich euch dann in einem separaten video weil ich einfach ja ein paar sticker mal verwenden will einmal diese die haben auch 1 euro gekostet da war noch so ein großer flamenco drauf und so ein kleiner kuchen kaktus sage ich mal aber das seht ihr dann in meinem video wo ich die karten bastel dann gab es noch hier dieses für 2 euro das ist so ja wie so rasen matten habe ich gedacht vielleicht als kaffee von einem album wenn man jetzt wieder nochmal so ein fußball mäßiges macht oder gartenthema mit blümchen mal schauen das sind zwei stück sechs mal sechs würde ich jetzt schätzen ja für 2 euro dann gibt es hier solche puffi sticker die fand ich ja so niedlich also ganz verschiedene sachen 1 euro 50 haben die gekostet mit einhörnern können wir mal reingucken jetzt hier so ganz verschiedene cupcake wölkchen regenbogen geschenk ja einhorn lastig sehr niedlich so dann nochmal diese variante sind auch 24 stück drin das sind jetzt mehr so tierer also ein bisschen ja baby mäßig ein bisschen obst und verschiedene tierer halt das mit stickern haben die jetzt gerade so coole alphabet sticker da konnte ich nicht dran vorbei gehen da habe ich mir einmal diese buchstaben und diese zahlen mitgenommen schwarz weiß natürlich geht immer dann einmal hier in so regenbogen optik die fand ich auch sehr cool die haben jeweils 1 euro kostet 34 stück sind da jeweils drin dann buchstaben und zahlen in dieser variante auch die farbkombi finde ich richtig schön hier so aprikot gold schwarz türkis grün oder was das ist richtig cool und die zahlen habe ich mir zweimal mitgenommen das und was ich auch beim teddy viel besser finde als beim action die blumen guckt euch die blumen an die sind so schön die sehen aus wie die von bremer marketing die wirklich teuer sind schöne farben finde ich also pastellig und ja die sehen jetzt nicht so schranzig aus sage ich mal beim ich habe auch blumen vom action aber die sind immer sehr hoch die kann man schlecht auf alben verwenden und diesen mega genial 1 euro 56 stück und dann hier diese noch als wie gesagt die sehen sehr nach prima marketing aus 1 euro 50 25 stück die kann man sicher zur not noch einfärben also diese blumen täte die bitte mehr davon finde ich richtig cool ich kann ja mal zum vergleich ich hole mir welche von prima marketing so mal zum vergleich das sind die teuren ja es ist immer noch ein kleiner unterschied auf jeden fall zu erkennen aber kein großer also kommen die schon da in die richtung mit ich glaube aber hier die kosten ist kein preis dran sechs stück glaube ich 4 euro oder so also es ist schon ein unterschied nur mal zum vergleich dann war ich ja wie gesagt noch im kick da habe ich einmal hier diese herzchen mitgenommen beim kick sind auch immer so wie bei action da gefallen mir die farben meistens nicht weil es wirklich so quik pink ist so ja in anführungsstrichen billig pink keine ahnung wie ich das sagen soll auf jeden fall ist es nicht so meins deswegen nehme ich mir meistens hier solche ja normalen farben mit die kann man sich ja zur not dann noch einfärben mit alkoholmarken oder so dann dieses waschi tape drei stück weiß ich nicht was sie kostet haben wenn ihr das hört im hintergrund mein mann sägt draußen ich hoffe das stört nicht zu sehr dann einmal dieses papier mit das ist foliert 24 blatt auch hier so im einhorn bisschen galaxy mäßig ja ich finde bei so günstigen papier das gold sieht schon eher gelb aus das gefällt mir jetzt nicht so aber gut die kann man dann ja weiß ich nicht vielleicht meiner tochter geben oder weiß ich nicht werde ich wahrscheinlich nicht verwenden aber so ganz viele blätter die gefallen mir richtig gut den regenbogen hier nochmal so galaxy mäßig ja also wie gesagt alle blätter werde ich nicht benutzen aber das ist ja auch in teuren blöcken manchmal so da hat man so papier dabei wo man denkt äh brauche ich jetzt eigentlich auch kein mensch dann gab es hier dieses dicker noch passend dazu auch bisschen beglitzert habe ich jetzt gedacht hier damit schön zu kombinieren ja das hat gekostet 1 euro so jetzt mache ich ein bisschen platz und dann können wir schon mit action starten so einmal hatte ich noch vergessen für 4 euro aus dem teddy hier dieses einhorn washi also ihr seht schon auf jeden fall wird es ein einhorn mini album geben das noch so jetzt fangen wir an bei action die habe ich immer in meinem bastelzimmer eins nehme ich mit an der arbeit eins für hier das man einfach mal schnell über die oberflächen wischen kann preise habe ich leider nicht weil kassenzettel habe ich nicht mehr das ist schon ja über mehrere male gesammelt bei manchen weiß ich es bei den meisten aber eher nicht dann gab es hier diese kleinen nutella gläschen die gab es schon sonst in normalen lebensmittel geschäften auch mal für 1 euro also in den normalen geschäften sag ich mal bei action haben sie jetzt 69 cent gekostet für 1 euro hätte ich sie nicht gekauft auch für 69 cent habe ich gedacht mal so ein kleines goodie für jemanden der gerne nutella isst ich habe auch so einen nutella stempel wenn du denkst es geht nicht mehr ist einfach das nutella leer habe ich gedacht mache ich mal hier so kleine boxen dazu wo die dann rein passen ja so als kleines geschenk dazu oder wie auch immer dann total geil dieses wire jig set also da kann man ja aus draht gibt es ganz viele steck kombinationen im internet aus draht hier diese ja verschiedene figuren machen und da habt ihr dabei dieses draht relativ leicht biegbar dann hier so ein kästchen da sind sieht ein bisschen als wie schiffe versenken finde ich äh ja hallo ach ne es war ja he he war ja ein schubfach habt ihr dieses kästchen mit verschiedenen zahlen und buchstaben und dann in dem heftchen sind dann so verschiedene kombinationen drin wie ihr die stecken müsst welche größe also ganz kleine mittlere und ganz große wie ihr die stecken müsst und wie ihr dann das draht hier drum wickeln müsst um diese form zu kriegen aber wie gesagt da gibt es noch eine million sachen im internet für dieses originale das ist ja nur das tube dazu aber ich glaube das hat drei oder vier euro gekostet das soll mir erstmal ausreichen da habe ich schon immer bei dem originalen geliebäugelt aber das kostet glaube ich 20 euro oder so wo ich denke nimmst das dann so oft und ich denke mal das ist auf jeden fall eine gute alternative hier ist noch so eine zange dabei das draht und hier dieses teil an sich ja fand ich sehr sehr cool habe ich mich jetzt auch noch nicht weiter damit beschäftigt mal wieder perlen dann nehme ich mir ja immer mal wenn es was gibt was mir jetzt gefällt was mit ich glaube 80 cent oder ja wie ich weiß die preise nicht auf jeden fall unter einem euro diese beiden haben mir gefallen die habe ich mitgenommen dann habe ich mir dieses monstererblatt mitgenommen das habe ich schon öfters mal gesehen und habe gedacht ne brauchst du nicht aber eigentlich ist es sehr cool ausgestanzt sieht es auch richtig geil aus habe ich mir dieses mal mitgenommen dann hier habe ich schon aus der verpackung raus geholt diese ja perlen sticker wie gesagt wenn ich was schwarzes sehe nehme ich sowieso immer mit einfach weil ich weil es das immer nicht so oft gibt dann einmal für unsere gartenlaternen hier solche dochter also hier für so Öllaternen dann ja diese action blumen finde ich in den farben auch sehr schön aber wie gesagt die sind immer sehr hoch die kann man so oft nicht verwenden aber die farbe hat mir gut gefallen und so fürs cover oder so kann man die ja auf jeden fall verwenden und dann habe ich noch hier diese varianten hier habe ich schon was benutzt 15 stück sind da immer drauf wie viele farben es da gibt weiß ich nicht also ich kaufe wirklich nur das wo ich denke ich nehme es auch also ich werde da jetzt nicht alle sorten die es gibt mitnehmen nur um das hier zu zeigen und dann liegt es hier bei mir rum da habe ich jetzt auch nichts davon dann nochmal solche sticker schwarz und silber dann habe ich noch einmal hier dieses draht gefunden dachte ich hier für dieses maschinchen kann man das bestimmt gut nutzen gab es jetzt nur gold noch und silber wollte ich jetzt nicht haben deswegen habe ich mir nur das schwarze mitgenommen dann richtig cool das ist bei uns in der geschenke abteilung also geschenkpapier und so hier dieses ja wie so eine art waschi tape aber eben ein bisschen breiter klebekraft ist ähnlich wie bei waschi tape also gen 0 aber fand ich sehr cool dann hier in so holo optik habe ich mir das noch mitgenommen und in gold ja gut das kann man weiß ich nicht das ist jetzt nicht so mein gold das ist mir zu gelbstichig aber für geschenk wenn man weiß ist geschenkpapier und das so drüber denke ich mir das sieht schon sehr cool aus so diese drei also das war für mich neu auch neu für mich war dieses gewebeband das war beim baumarktartikel also das ist wie buchbinderlein natürlich viel viel dünner und schlapperiger klebekraft ist auch ja semi gut würde ich mal sagen also wenn ich aber wenn man das für ein album nimmt um die die cover seiten zu verbinden ist das schon sehr genial da würde ich auf jeden fall noch kleber auftragen dass das auch hält aber weil das wie stoff ist da reißt dann nichts ein und das buch ist extrem flexibel dadurch habe ich jetzt in weiß und schwarz ich glaube es gab noch hier so camouflage aber das sind die beiden farben die ich eh am meisten verwende diese beiden und dann gab es dasselbe in der bastelabteilung nochmal in so schmal also das waren immer zweierpacks ich habe es jetzt leider schon ausgepackt so waren die klebekraft ist von a punkt das hatte ich aber schon vermutet also ja ihr seht schon also preis kann man damit nicht gewinnen wenn ihr das irgendwo verwendet mit etwas was zusammenhalten soll dann auf jeden fall noch was drunter kleben weil ja wie gesagt es klebt einfach nicht aber okay wenn man das weiß finde ich das nicht so schlimm für den preis kann man sowieso nicht sagen denke ich und deshalb habe ich mit diese nochmal mitgenommen bei uns im action ist es ja immer mit neuen sachen nicht so weit her aber das war für mich neu da fand ich das hier mit der mauer ganz cool und das ist wie so ein ja wie so ein netz würde ich sagen dann fand ich cool habe ich mitgenommen dann hier diese stempel habe ich gesagt brauchst du das wirklich und dann habe ich auch gedacht irgendwie hier dieses lange cocktail glass finde ich doch ziemlich cool ja nimmst es einfach mit mal sehen dann hier diese blumen fand ich schön schön zum ausschneiden relativ einfach schöne größe nicht ganz so klein deshalb habe ich den nochmal mitgenommen dann habe ich mitgenommen nochmal hier bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob das vielleicht doch sogar kick war wie gesagt bin ich mir nicht ganz so sicher auf jeden fall diese drei glitter vier heißt die zahl solcher ja glitter hexagons ich will mir ja mal so eine mischung machen mit verschiedenen größen für shaker karten oder so da will ich mir schon vorher so ja eine mischung zusammenstellen in einem fläschchen oder gefäß damit es gleich fertig ist für shaker karten oder was auch immer so das dann habe ich mir bei den twin markern hier diese große packung mitgenommen mit diesen tönen ich weiß gar nicht was ich davon schon habe und was nicht auf jeden fall so grüntöne für blätter oder so habe ich jetzt nicht wirklich viele und dann nochmal hier diese Farben das was ich doppelt habe gebe ich meistens meiner tochter dieses dann habe ich mir nochmal mitgenommen hier diese holzboxen zwei stück ich glaube die kosten drei euro oder so die sind so günstig und wirklich stabil und ich habe ja da meine stempel drin aufbewahrt und da habe ich eins zwei drei vier fünf sechs fächer also sechs solche boxe und kann mir das schön sortieren also hier einmal nach ja hier so crunch mäßig hintergründe und so ist hier drin in dem nächsten habe ich sprüche in dem nächsten habe ich stampin up und so weiter also das finde ich die ganz cool dann nehme ich mir die box raus aus dem regal suche was ich brauche und kann sie dann so wieder zurück stellen das dann habe ich mir noch mitgenommen hier sehe ich es na wie heißt das paper patch 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 paper wie heißt denn das ich weiß immer das deutsche nicht aber ihr wisst was ich meine hier dieses dünne wie servietten quasi das hat mir gut gefallen von farben habe ich mitgenommen dann natürlich nehme ich immer mit wenn ich bei action bin wenn es die gibt zweimal diese mix blöcke kennt ihr ja auch sicherlich alle das dann habe ich noch gefunden ja irgendwie bin ich gerade im sticker raus obwohl ich sie fast nie verwende mal gucken das erinnert mich so ein bisschen an gab es mal eine papier serie von ecopark glaube ich war das auf jeden fall eine teure amerikanische marke da war die baby kollektion sah sehr 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 ähnlich aus und die jungen kollektion sehr ähnlich dem habe ich mir diese variant mitgenommen also mädchen junge dann hier nochmal so blümchen pünktchen mäßig und dann nochmal mal in der variante so dann da bin ich bald ausgerastet wie cool ist das bitte wie cool sind die riesen alphabet buchstaben kann man sich hier so eigene ja große text text bilder machen auf so text rahmen zeug stehe ich ja sowieso ganz ganz schlimm gibt es in diesen varianten ich habe es mir jetzt nur in schwarz mitgenommen weil bunt möchte ich in meinem meiner deko so eher nicht haben also diese varianten dann steht hier nochmal drauf wie viele davon drin sind jeweils also auch sonderzeichen zweimal fragezeichen zweimal ausrufezeichen viermal komma sehr sehr cool habe ich mir dreimal mitgenommen weil wie gesagt finde ich obergeil dann habe ich mir noch diesen auch für mich neu diese emboss sticker mitgenommen hier das fand ich ganz gut für so ein galaxy album werde ich ja nochmal welche machen weil ich da noch das papier übrig habe also ich finde die immer so schön und dann nehme ich sie immer nicht das tut mir dann immer ein bisschen leid weil ich sie wirklich schön finde so dann hier mehr so home deko katzen stilmäßig aber so schöne farben also wirklich genial nicht so quietschig nicht so grell wirklich mal hier das grün mal was ganz anderes finde ich dann hier das mit den süßen tierchen das ist jetzt schon fast so ein bisschen herbstmäßig aber genau solche herbstfarben mag ich nicht so quietsch orange und grün das sind nicht so meine herbstfarben also das finde ich richtig niedlich hier was hat sie denn ist das niedlich und hier das bisschen weiß ich nicht ob der gefährlich ist oder nur so lieb tut ich weiß es nicht auf jeden fall finde ich die bisschen gruselig das hier ist auch ein bisschen das hat irgendwie ein bisschen unförmig würde ich sagen aber das gibt es hier nun mal auch dann hier diese variante noch absolut cool finde ich die farben mega genial das und dann nochmal diese variante fand ich sehr cool für halloween hätte ich jetzt gedacht so ein bisschen orange schwarz und so ja wie gezeichnet so mancher finde ich richtig cool diese so und jetzt habe ich noch ein bisschen papier ne halt ich habe jetzt nochmal so einen die cut block gefunden die gab es ja bei uns so gar nicht aber ich denke mal die kennt ihr jetzt alle da gab es jetzt bei uns nur noch den habe ich mitgenommen weil die so niedlich sind ich weiß nicht ob ich es verwende jemals aber ich hoffe mal dass ich mal die muße finde so süß ich bin ja sonst nicht so für so ganz extrem niedlich aber ich will ja gerne ich würde gerne mal damit was basteln deshalb habe ich es mitgenommen dann auch leider nur diese eine variante von so einem luxe paper block die finde ich eigentlich immer ganz cool aber ja wie gesagt bei uns hatten sie da jetzt leider nur diese variante hier hier habe ich schon eins verwendet ich platze es nochmal ganz schnell durch ich denke mal die meisten von euch kennen die schon ja und dann wieder ganz viele von diesen rausdrückdingern wo ich schon manchmal denke es ist fast zu viel es ist schön wenn man so Deko dabei hat das finde ich sehr cool aber ja vielleicht sollte man dann doch ein Blatt Papier mehr oder so wäre vielleicht auch nicht so verkehrt denke ich diesen dann haben wir hier noch einen so einen Die-Cut Block den fand ich auch niedlich bisschen maritim aber auch mehr so auf die niedliche Schiene mal gucken für so ein für ein Kind ein Album oder Karten oder zum Verzieren von der Box hier ach das ist niedlich maritim ist eigentlich auch nicht so meins aber hier die Farben die sind okay weiß ich nicht warum es ist einfach manchmal wo man sagt okay das geht gar nicht oder kann man nehmen niedlich hier das Indianer Häschen weiß ich jetzt nicht eigentlich ist alles maritim jetzt ist hier Indianer dabei hm ja okay also dieser niedlich dann kaufe ich ja eigentlich bei Action kein Papier aber diesen hier musste ich mitnehmen den fand ich niedrig das Papier ist sehr dünn da finde ich nur leider immer manchmal passt das einfach meiner Meinung nach nicht so zusammen von Farben oder so hier in dem Fall geht es jetzt gerade finde ich ganz niedlich das kleine Mädel Streifen geht sowieso immer also den fand ich niedrig habe ich mitgenommen dann den fand ich ja mal richtig cool nicht alle Blätter also hier geht es schon los nein 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 aber man hat dann dafür auf der anderen Seite alles ja hier zum ausschneiden richtig cool dann schwarz weiß gestreift so ganz dünn gestreift geht immer also ganz viel ja einfache Muster also das hätten sie weglassen können mit den Blümchen finde ich hier das sieht wieder sehr cool aus ja dann nochmal hier Teile zum ausschneiden also die Art und Weise finde ich richtig richtig cool das Papier finde ich auch sehr schön das geht auch noch aber dann wird es wieder komisch dann machen sie wieder sowas dazwischen wo ich denke für meine Augen also es ist immer nur meine Meinung das sieht dann schon wieder so nach Billigpapier aus finde ich ich will keinen angreifen oder irgendwas meine Meinung meine Augen sehen das so hier wieder so ein paar Project Life Karten richtig cool wenn ich jetzt aber so denke nein irgendwie nein irgendwie nicht keine Ahnung warum das geht noch grad so ja hier also wie gesagt diese schlichten Papiere hier das beides zusammen obercool ja das ist wieder so weiß ich nicht das ist jetzt nicht schlecht aber finde ich hier in dem Block weiß ich nicht für mich passt das nicht dazu und jetzt wiederholt sich's also dreiviertel davon finde ich richtig cool deswegen habe ich den mitgenommen dann nochmal Black and White Collection richtig cool also hier haben wir wirklich nur schwarz und weiß drin genau genau meins hier nochmal so alles solche Bärchen also verschiedene Themen hier passt das passt jetzt auch insgesamt nicht so zusammen aber die einzelnen Papiere hier so maritim ja dann hier so ein bisschen Safari aber eben in schwarz weiß ich wusste nicht dass man hier eben zum basteln verwenden kann also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen aber finde ich schon irgendwie cool diese Variante dann hier steht ganz klein love drauf finde ich auch ein ganz tolles Papier kann man auch super mit dem Block von eben verbinden ganz einfach musst du hier so ein paar Quallen also das Papier finde ich echt richtig spitze ja dann nochmal hier so Palmenblätter dschungelmäßig Himbeeren also so bitte mehr davon diese Art und Weise so langsam kommt Action dahinter finde ich beim Papier das hier Blumentöpfchen mit Gesicht fand ich auch ganz niedlich also hier denke ich mal kann man auf jeden Fall richtig viel damit machen schwarz weiß kann man immer gut zum Auffüllen nehmen nochmal so eine Marmoroptik ja dann wieder nochmal hier so eine Fliesenoptik also richtig cool den und dann habe ich nochmal eine Dschungel Variante mitgenommen dann habe ich ja schon Dschungelpapier von CraftSmith in dem Haul gezeigt und da denke ich mal das lässt sich gut kombinieren blätter ich jetzt auch nochmal schnell durch ich denke mal die meisten von euch haben das ja schon gesehen oh der ist ja dieses Mal einseitig bedruckt ok das habe ich ja auch noch nicht bei Action gesehen die sind ja meistens doppelseitig bedruckt hier ist foliert das finde ich immer cool dass sie das jetzt neuerdings machen immer so ein paar Ausschneidteile mit dazu auch einmal foliert und einmal nicht viele schlichte Muster finde ich sehr gut dann wieder einmal in Rosé foliert also wirklich kann man nichts sagen und schon gar nicht zu dem Preis das Papier ist auch ein bisschen dünner nicht ganz so fett wie es früher war das alles das heißt früher also so ältere Blöcke die ich habe damit kann man eigentlich nichts machen weil einem das immer reißt und das hier denke ich mal ist qualitativ doch schon ein bisschen besser so noch einmal hier mit solchen Blättern und das war's ja das war mein Haar ich hoffe euch hat das Video gefallen es kommt jetzt ganz bald das Tutorial zu diesem Fotofolio und lasst mir gerne ein Feedback da ja dann wünsche ich euch ein sonniges Wochenende und bis zum nächsten Mal Tschüss